Der Volk ist aber falsch und fertig. Jetzt habe ich auch meinen Trank da nicht fertig gemacht. Was soll ich mir denn da zusammen mixen? Das ergibt gar keinen Sinn. Bin ich denn jetzt hier? Aua, ich habe mein Blut geopfert. Das Dämon. Er hat meine Schuldigungszüge und mich in die Schadow einzuführen. Das wile, konspiringer Mann. Er hat mich zu treffen, als er die Macht über die Imagination verletzt. Alexander, ich werde dich töten, für was du gemacht hast. Wenn nur die Schadow mich in London oder Algerien, ich würde mich nicht so schwer, diese Humiliation. Du hast mich ein Mörderer gemacht. Ein Monster! Und jetzt... Ich bin nur auf meine Todesendung. Ich bin zu schwer, um aufzunehmen. Ich kann gar nicht mehr standen, als meine Lieblingsfehlung. Ich kann nicht sehen, als meine Augen sind in Schmerzen. Ich bin so broken, als die Leute, die ich gestorben habe. Wenn ich nur meine Angst ausfüllen, als wir mit ihnen gemacht haben. Alexander ist schon ein AI-Schloch. So, ich habe mein Blut hier geopfert, ne? Kann ich noch mal? Ich kann mich kaputt machen, okay. Hab verstanden. Jetzt hör auf zu piepen, das tut weh. Ist gut, hör auf zu piepen. Hör auf, Alter. Pip tut weh. Hier ist keine Botschaft, ne? Wir müssen nachdenken. Oh, man. Nein, wir müssen nachdenken. Oh, genau. Das geht los. Nachdenken Sie das Zeit. Ich bin fast da. Man hat die Strauch. Das ist gut. Sie sehen uns alle, das ist gerade auf dem Rieter. Es sind ja auch viele. und von die kummi zu retten okay ich denke meine dritte zutat ist dahinter wir müssen jetzt irgendwie müssen die tür wir öffnen war wie wir haben unser blutiger auffahrt hier können wir ein bisschen licht machen sehr interessant warum auf der anderen seite genauso oh gott dieses piepen okay ich bin krass ich habe es geöffnet kugelkammer 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 Ich glaube, hier passiert was ganz Schreckliches. Oh, gib da nicht um. Ich glaube, ist auch richtig. Du bist da dran und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich lebe aber noch. Du denkst, ich war Angst, dass ich Brennenberg fliege? Hä, was sollte ich jetzt eigentlich brauen? Ich wusste, dass es meine Pervatung war. Hellfire, um zu verbrechen meine Sins zu verbrechen. Es gibt nichts zu verbrechen, was ich habe getan. Aber ich habe meine Träume. Ich habe ihnen diesen Schrecklichen Mann. Ich habe das richtiges Ding gemacht. Ich habe es richtig getan. Das ist gut. Hä? Das war es? Hä? Ich dachte, wir müssen was opfern und so einen Trank fertig machen. Hallo? Ich war noch gar nicht mal fertig mit dem Trank. Was hätten wir denn mit dem Trank machen können, wenn ich die geile Zutat gefunden hätte? Egal. Ihr seht, ich habe Amnesia durchgespielt. Props an mich. Darauf trinke ich erst mal ein Eistee von meinen Quelly. Nun denn. Ich habe das Ende gar nicht verstanden. Da bist du auch ein bisschen verstanden, aber das Ende... Ne. Null. Aber die Musik ist ganz sexy, ne? Ja. Na ja. Immerhin haben wir das richtig getan. Und das ist gut, hoffe ich. Und ich hoffe, das ist das einzige Ende. Ich hoffe, es gibt nicht mehrere Enten. Ich wüsste gar nicht, was es noch für Enten alles gibt. Wenn es auch noch mehr Enten gibt, aber es sieht gewaltig danach aus, dass es verschiedene Enten gibt. Also, ihr wisst, wenn wir in einem Horrorspiel sind und ihr habt nicht dabei, ich finde den richtigen Weg. Nach einer langen Zeit. Was heißt LKE271? Was heißt das? LKE271, was heißt das? Ja, ich weiß, dass Ende ist. Kannst du mal weggehen? Ne. Ich habe es durchgespielt. Ich habe es durchgespielt. Ich habe es durchgespielt. Was passiert, wenn ich auf Weiterspielen drücke? Was passiert dann? Also, wer hier? Was passiert, wenn wir nichts machen? Oder was passiert, wenn ich mich umbringe? Ich kann ihn anfassen, oder? Wofür haben wir denn die Kurbel gebraucht? Oder das? Oder Meißel? Noch eine Stange? Oder die Säge? Was passiert, wenn ich mich einfach ein Ritual machen lasse? Glaubt ein bisschen, ne? Bis das Ritual gemacht wurde. Guck mal, wie die Steine sich bewegen. Keine Ahnung. Was kann ich denn noch machen? So, Alexander. Ich tue dir nichts. Du musst aber deinen Pimmel nicht zensieren, oder? Und deine Schambehaarung. Der nennt mich irgendwie halt nur in der nackten Form von, ähm, von Harry Potter, diesen Blonden da, der immer, ähm, der immer so mädt ist, so salty. Okay, die Steine drinnen sich schneller, das ist sehr gut. Für dich, nicht für mich. Aber ich will mal gucken, was passiert, wenn ich nichts mache. Würde mich jetzt noch interessieren. Egal, wir haben das Richtige getan. Wir wissen, das erste Ending zählt eigentlich in so einem Spiel, was wir hier erreichen. Und wir haben das Richtige getan. Zumindest stand zum Schluss. Was passiert, wenn wir jetzt einfach nichts laufen lassen? Die Steine drinnen sich immer schneller. Wir lassen ihn einfach mal machen. Hui! Wir müssen wie ein Stein sein. Und da passiert einfach gar nicht. Oh! Ja, geh mal nach Hause. Aua! 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 Okay. Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Danke, mein Freund. Ihr Sanft wird nicht vergessen. Ihr wird immer wieder gegründet. Ihr wird immer wieder gegründet. Ich bin der Fall! Okay, ich habe das Ende rausgefunden. Hier, tschüss, kann ich nicht keinen Zweck machen? Danke. Ja. Tier 290. Egal. Ihr wisst, wir haben das gute Ende und das schlechte Ende, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt. Keine Ahnung, ob man noch mehr machen könnte. Weil wir haben ja noch einen Trank. Vielleicht hätte man da noch viele andere Sachen machen können. Viele andere Endings, aber müsst ihr dann selber googeln. Bei mir sieht das nicht. Ich beende mit die Folge. Es war ein interessantes Projekt, ehrlich gesagt. Aber die nächste Zeit steht erstmal kein Horrorspiel mehr an. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Euer FireTube.